Du hast schreckliche Dinge getan. Das kannst du doch nicht leugnen. Ich möchte es nicht. Ich bin eh bald weg. Stella, die Amis lassen können rein. Hier ist eh bald Schlussverfleisch. Bleiben Sie mal stehen. Papiere. Sie kommen jetzt mal mit aus Präsidium. Ich bin übrigens Rolf, Viervierteljude. Rolf ist eine echte Granate. Kennkarten, Pässe, alles. Ich kann euch auch solche Ausweise besorgen. Für mich hinter vollen Schutzkreis gemacht. Du bist eine sehr besondere Frau. Ich weiß. Du bist ein Freund. Ich kann das nicht machen. Was kannst du? Ich kenn dich. Es ist leider teure geworden. Ich brauche 2.000 mehr. Du bist eine Hütte. Pan-Bow. Wo wohnt er? Ich weiß es nicht. Angeblich läuft eine blonde Frau über den Gulam und war Idiot. Ausweise hätte ich gern mal gesehen. Mach es! Stella, bitte. Wir sind doch Freunde. Du hast wie oft gewissen. So sieht die Zeit. Geh mit oder geh unter. Hau ab schnell. Jetzt überall Gestapo. Wir machen hier doch genau das, was du machen willst. Stella! Im Namen des Volkes ergeben folgendes Urteil. Stella, das Leben fängt doch gerade erst an. Ging von Nabba. Zum Glück. Whew! Jinika!